Das sieht doch manchmal einfacher. Wir müssen doch irgendwo einen Hinweis bekommen, was es sein muss. Kannst du mir noch nicht erzählen. Was ist denn? Ausrüstung blau. Zieh dich hier bloß mal um. Es wirkt gut. Ich wollte eigenes Alt sagen, aber tot passt auf. So, mach überall mal. Ja. Warten, der letzte? Eins. Ach ja. Müssen wir echt jedes Mal hinrennen? Es ist verschlossen. Okay, es ist verschlossen. Ich sehe es ja ein. Also ist es vielleicht doch. Ähm. F. Haben die alles gegleichen? Dann glaube ich es ja weniger. Das ist... Ich habe zwar gerade genau in derselben Position getroffen, aber ich habe es ja okay. Ist es vielleicht FFF? Nein. Jetzt wirklich alles ausprobieren. Bleiben wir oben beim F. Na? FFF ist es nicht. Wir gehen überall nach rechts. Nope. Ich finde solche Rätsel nett, aber... Jetzt eigentlich nur... Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben ja auch noch ein Rätsel. Dann lassen wir das mal... Eins haben wir ja noch. Eins haben wir ja noch. Ne, FFF hat man schon. Dann halt... Dann machen wir jetzt mal... Ich denke, da müssen es drei verschiedene sein. hat sich nicht gerade etwas bewegt? muss man mal hinhören klingt uns gar nicht ich glaube ich habe mir eine Wahrscheinlichkeitsverschmung gemacht nein hier reden wir so nach ich denke es müssen drei verschiedene sein fangen wir mal an mit f e r ist es nicht ffr kannst du einfach dort stehen bleiben und sagen wenn die Truhe offen ist nein der kleine junge ist ein Dreckssack wir müssen doch eh wahrscheinlich noch mal hier her aber da täusche ich mich weißt du was ich habe jetzt gar keinen Nervversuch was ist das was ist das nein was ist das irgendwie ein Hinweis das sehen für mich hier aus wie Fs hm wir müssen doch hier eh noch mal hin wegen dem Ding oder ich habe jetzt gerade keinen Bock ich habe jetzt gerade einfach keinen Bock ja ich habe jetzt einfach keinen Nerv für sowas wahrscheinlichkeitsrechnung ist ganz nett es gibt jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten ob 27 Möglichkeiten oder sowas gibt es ich habe jetzt einfach keinen Nerv für ich habe jetzt einfach keinen Nerv für ich will jetzt irgendwas klatschen und ne rumrätseln nicht Riesen richtig Diebe auf der Schatzjagd siehst du die Fallen oh ja zum Glück haben sie alle ausgelöst sei froh dass die hier tot bleiben hm es gibt gleich die Falle die Statue jetzt rennt er vor und es kommt irgendein Gegner was war denn das gerade für ein Licht wechseln oh es gab wieder Silber Überraschung so sieht echt hübsch aus ne so ist irgendwie komischer Lichtwechsel drin kannst du das lesen jawohl oh das ist Dörrathro einer der vier Hirsche des Weltenbaums er bewacht den Eingang nach Birtenheim wenn die Riesen schlafen ob er noch dort ist ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht da täusche ich mich kann doch nicht alles hier sein hier Junge diese Sprache habe ich schon mal gesehen was gibt es noch zu erfahren jetzt die Schlange die Schlange ist des Sprechens nicht mächtig aber ihre Feindseligkeit den Asen gegenüber ist unverkennbar die Zerstörung von Tyros Tempel ist unmöglich solange sie existiert ihr Anwesenheit hat jedoch bewirkt dass der See der Neuen ihn gänzlich bedeckt somit wurde das Ziel Weltenreisen zu erschweren dennoch erreicht wow können wir jetzt mit der Schlange reden ein Camper Camper der bist du nicht dummer Camper Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, dass uns hier irgendwas angreicht. Ich muss sie immer noch nicht kaputt machen. Es sind aber einige. Wir wollen immer noch zum Gipfel, wir finden schon einen Weg. Ich habe doch hier gerade etwas gesehen, wenn wir vorhin. Ich sehe die Truhe, jetzt gib mir die Truhe. Wow, sowas ist fies. Ich komme trotzdem zu meiner Truhe, weil ich ein Creedy Stück bin. Was ist drin? Bestimmt irgendeine Rüstung oder Kopftruhe. Nein, Stahl ist auch okay. Ich hasse es tatsächlich, wenn es wirklich so dunkel ist. Ich genieße keine Umgebung. Aber sowas ist kacke. Wow, der höchste Gipfel der Welten. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein, Ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Ach so. Habe ich zwar gerade geguckt, aber es wurde mir nicht angezeigt. Lies mal bitte die Inschrift währenddessen. Es ist dein Name, glaube ich. Kreisleer. Das heißt Schrecken. Immer gut. Immer gut. Hallo, spinn doch mal. Gut. Was ist das? Seltsam. Eine mit Kotteln umwickelte Kerze und eine Art Tierfeld. Eine Lanzange? Aber der Docht fehlt. Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Augen offen halten. Ne, ne danke. Ich wollte nur eine Abkürzung schaffen. Ich habe das Gefühl, wir müssen überall nochmal hin. Da würde ich allerdings gerne hin. Na? Silber? Wen überrascht das jetzt nicht? Hallo. Lass das. Ach man, ich wollte nur... Die Gegner auf uns locken. Ist okay. Schon gut. So, lass mich raten. Mit purer Gewalt geht wieder alles. Also langsam würde ich schon sagen, dass das bei den Riesen ist. Herz des Berges. Herz des Berges. Wow. Was ist das alles? Wo sind wir? Eine Mine. Und wenn diese Kralle zum Gipfel reicht, sind wir fast am Ziel. Erstmal gucken wir, was es hier für Loot gibt. Viel wichtiger als irgendwas anderes. Ich will, dass ich das auch machen kann. Siehst du was? Ich kann sie einfach mal kurz durch Buscher halten. Ich will den Looten. Ja, macht dich nützlich. Sind die eigentlich alle eingefroren? Oder machen die gerade Pause? Gieß ja mal drauf. Und dann lass es. Der Ton hat mir gerade gar nicht gefallen. Weil sowas immer Miefress suggeriert. Die Überschrift. Geh lesen. Ja, wenn ich was lesen muss, schieße ich auch lieber gerne mit den Sachen rum. Aber du sollst lesen. Du sollst auch lesen. Das ist lustig. Wieso? In einer Handstrift steht hier nur Jötner. Und in einer anderen und auch Zwerge. Schreiben wir auch was? Nein. An der Fackel ist eine Maschine mit Zahnrädern und Seil. Wozu kannst du... Hm? Ich würde mich auch gerne da hoch. Ich würde doch gleich irgendein Kampf losgehen. Hier können wir doch nicht erzählen, dass sich hier nichts passiert. Ich glaube ich weiß wie das geht. Die Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können... Der ist zu tot. Jogger. Oh nein. Das Seil steckt unter dem Felsenfest. Das war leichtsinnig. Ich weiß. Tut mir leid. Oh. 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 Aber vielleicht kommen wir dadurch nach oben. Nachdem wir, weißt schon, wieder los sind. Oh. Und da sitzt ja noch einer mit Feuer. Oh. Und da sitzt ja noch einer mit Feuer. Oh wo ist es passiert. Hörпол. Wärme da oben wegkommt. Er hat die ganze Zeit mit Feuer schwürft. Und die Bistuff. Weil die da passiert. wird er nicht explodieren? ja ja das ist total so, wo geht es denn hier hin? wir sind jetzt im Schacht oh, bleib stehen du hast ein Auge von mir da, habt mich schon gefragt wer die Drogar im Berg geweckt hat naja klar ich will meinen Clownbogen, wollen wir den verbessern? komm her ich kann mit meiner Axt fallen das machen, ich droge Ressourcen, oh wow da war doch noch etwas was darf denn diesmal sein? fressen das darf sein wurde ja nur meine Zeit verschwenden eben es ist ein Berg groß es ist so ein Berg groß wow, danke ja aha wollen wir hier lang? hier gibt es eine Ruhe, hier gibt es etwas zum Heilen noch eine Ruhe ja habe ich dann Glück gesagt ich liebe Loot lalalalalalala mhm 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 platz darf ich nicht noch etwas zu Buput machen? achso noch mehr fallen da ist ein Tunnel, aber für dich zu eng geh du für dich zu eng willst du mir damit sagen, ich bin fett? nachher nachher bist du irgendwie dumm? also so sicher doch sicher doch abuuhu ich will die erstmal kaputt machen warte wo mach dich verrückt mach dich verrückt ich danke dir das ist es nicht ja Mann gut was golden ist leuchtet was golden ich will da rein gesagt ich will da rein ja hast du ganz toll gemacht das ist auch einer was ist er denn es nervt mich auch solche Leute er ist nicht über mir, er ist vor mir aber das mit den Richtungen kommt er erst nächste Woche dran ja kann ich ich kann ihn bewegen oder da rein ja war der friedlich ja ja so er ist noch was, kann man noch was kaputt machen halt das Teil passt ne mal mit liegt auch schon etwas länger Ja. Es klappt! Und das war's! Der Wagen hängt noch an! Das sehe ich! Mr. Sunshine!